Ciao zusammen und willkommen zurück zu Black Desert Online, unserer neuen Staffel auf dem Kanal. Ein wenig Let's Play Gameplay und natürlich zusätzlich noch immer wieder Informationen für Anfänger, also Guide mässig. Und ich möchte, wir haben in der letzten Folge, falls ihr die nicht gesehen habt, haben wir die Lagerung angesprochen. Wir haben das kurz erklärt, aber ich möchte darauf speziell noch mal in einem Video eingehen, gerade für die, die vielleicht jetzt nur diese Folge genau anschauen. Ich stehe jetzt in Velia und das mit den Lagern ist gerade für Anfänger immer so ein bisschen schwierig, weil es halt nicht ganz so ist wie vielleicht in anderen MMORPGs. Das, was ihr kennt, ist natürlich ganz klar hier euer Inventar, das ihr mit I öffnet auf dem PC. Alles gut und recht. Ihr habt aber jetzt wie zum Beispiel in anderen MMOs hier keinen Postversand. Man kennt das ja, ich schicke mal dieses schöne Rüstungsteil von Charakter A nach Charakter B um zurück und weil das gerade so gut geht um das Geld und dies und jenes auch gleich. Ne, 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 das geht leider nicht. Wie ihr vielleicht gemerkt habt, ist es nicht gerade so einfach, Sachen an andere Charaktere weiterzugeben. Ist aber nicht unmöglich, denn es gibt ein paar Sachen, die ihr vielleicht wissen solltet. Dann habt ihr hier das Perleninventar. Was ihr im Shop kauft, kommt hier rein. Es kommen hier auch diverse andere Sachen rein. Zum Beispiel, wenn ihr irgend durch Belohnungen oder so Perlengegenstände erhaltet, sind die dann in diesem Reiter zu finden, bei euch im Inventar. Jetzt, was vielleicht einige nicht kennen, ist dieses Familieninventar, was ich hier noch habe. Das schaltet ihr frei durch Shakutas Geheimnis-Quest-Reihe. Die ist da irgendwo hinten bei der Wüste. Dazu würde ich dann später gerne mal noch ein bisschen ein besseres oder ausführlicheres Video machen, wie ihr dazu kommt. Aber im Low-Level-Bereich müsst ihr das erstmal halt vielleicht ein bisschen außen vor lassen. Auf jeden Fall ist das Familieninventar so angelegt. Ich habe es hier leider nur zwei Plätze. Da kann jeder Charakter darauf zugreifen, egal wo er ist, wie genau im normalen Inventar. Ihr seid einfach eingeschränkt natürlich mit Dingen, die ihr hier reinschmeissen könnt. Also ich kann hier nicht alles reinschmeissen. Aber ich habe jetzt das genutzt, zum Beispiel für die Schriftrollen bei den kleinen Chars, dann habe ich immer Zugriff und muss nicht zum Lager rennen. Soviel dazu. Normales Inventar, alles klar. Dann haben wir das Thema Lager. Das ist hier vorne. Es ist immer da, wo die meisten Leute stehen. Bei dem Typen hier. Das ist das Lager von Velia. Das möchte ich betonen. Es ist das Lager von Velia. Alles, was ihr hier in dieses Lager schmeisst, bleibt in Velia. Das heisst, dass ihr nicht aus Heidel hier rauf zugreifen könnt. Das ist wirklich auch mit den Pferden dann so, wenn ihr ein Pferd beim Stall in Velia hinstellt, dann ist das in Velia und könnt ihr nicht in Heidel, in Kalfion oder sonst irgendwo wiederholen. Das ist, finde ich, eine realistische Sache eigentlich und auch logisch. Aber es ist ungewohnt für die, die andere MMOs vielleicht bisher gespielt haben. Kommen wir zurück zum Lager. Also wir haben hier das normale Lager. Alles, was ich hier reinschmeissen kann und mache, kann ich mit allen anderen Charakteren hier in Velia wieder rausnehmen. Dann kann ich jetzt umlocken. Ich kann sagen, okay, da ist ja hier mein Inventar. Ich sage, ich brauche jetzt mit, ich weiss doch nicht, mit einem anderen Charakter die Milch. Dann kann ich die Milch hier reinhauen und dann kann ich umlocken mit einem anderen Charakter. Zum Lager von Velia laufen und die Milch rausnehmen. Das gilt hier für die Gegenstände alle. Dann haben wir aber noch was weiteres und das ist das hier unten. Das ist das Lagerhaus. Das ist was anderes. Im Lagerhaus macht ihr alles rein, was ihr auf dem Marktplatz, bekannt auch zum Beispiel als Auktionshaus, verkaufen möchtet. Bei Black Desert ist es so, dass wir jetzt nicht direkt aus dem Inventar einen Verkauf machen können, sprich jetzt auf dem Marktplatz, sondern alles, was wir verkaufen möchten, machen wir aus dem Inventar oder dem Lager in dieses Lagerhaus rein. Das ist ein ganz separates Inventar. Und daraus verkaufen wir dann. Also jetzt nochmal, wir haben das normale Inventar, was ihr bei euch tragt, also wie ein Rucksack, kann man dem auch gut sagen. Dann haben wir in den Städten ein Lager, das auch stadtgebunden ist. Und wir haben ein Lagerhaus, welches Zugriff gewährt dann von diesem Lagerhaus aus, die Gegenstände im Marktplatz zu verkaufen. Das Besondere und auch das Gute am Lagerhaus ist, alles, was ich hier reinschmeisse, von da kann ich überall drauf zugreifen. Das ist dann nicht stadtgebunden. Und ich spreche vom Lagerhaus. Ich weiss, das ist am Anfang ein bisschen kompliziert. Das heisst, wenn ich jetzt hier ins Lagerhaus, seht ihr jetzt ja da, das alles ist im Lagerhaus, da kann ich, egal von welcher Stadt aus, diese Sachen bewirtschaften und zugreifen. Egal, wo ich bin. Oder eben, wenn ich jetzt in Kalfürm bin und sage, okay, ich habe Zeit, ich will meine Sachen verkaufen, sehe ich das hier. Auch wenn das Dinge aus Velia, Heidel oder Schiess mich tot sind. Ganz, ganz wichtig. Da können wir dann die Sachen jetzt hier, haben wir ja die Reiter, das ist ja mein Inventar, kann ich hier in das Lagerhaus schmeissen, was ich möchte zum Verkaufen zum Beispiel. Oder eben halt, beziehungsweise natürlich für einen anderen Schaf vielleicht bereitzustellen. Dann haben wir das Perleninventar, habe ich vorhin angesprochen. Das Lager, Velia in dem Sinne, wo ich jetzt stehe, wo ich hier reinschmeissen kann. Da habe ich jetzt auch die Möglichkeit, vorhin habe ich kurz angesprochen, wegen Geld hin und her schieben. Da habe ich jetzt die Möglichkeit zum Beispiel hier aus dem Lager, das hat ein Konto, könnte ich jetzt hier Geld ins Lagerhaus einzahlen. Das, was im Lagerhaus ist, auch das kann ich dann überall her wieder rausnehmen, für irgendeinen Charakter, der vielleicht irgendwo mitten in der Welt steht, wie auch immer. Das geht, muss aber über das Lagerhausguthaben abgewickelt werden. Wenn wir jetzt im Lagerhaus Sachen haben, beziehungsweise zum Verkaufen, gibt es ja den Marktplatz, also das Auktionshaus vielleicht auch, Zentralmarkt genannt in Black Desert. Das sieht dann so aus. Habt ihr auch in allen grossen Städten und ihr könnt auch hier direkt auf dieses Lagerhaus zugreifen, Lagerhaus verwalten. Dann sehen wir jetzt wieder dasselbe Bild, das wir vorhin gesehen haben. Das Lagerhaus, das können wir alles schon verkaufen, habe ich hier bereitgestellt. Mein Inventar auf der linken Seite, sprich wieder das Perleninventar und das jeweilige Lager von der Stadt, in der ihr euch befindet. In meinem Fall ist das jetzt Velia. Dann kann ich jetzt eigentlich direkt beim Markthändler sagen, okay, ich will heute ein paar Sachen verkaufen. Muss nicht direkt zum Lager. Ich kann wirklich auch beim Marktplatz das direkt machen, wie ihr sehen könnt. Die Sachen hier reinschmeissen und hier raus verkaufen. Ich nutze es auch eben oft für solche Transfers, dass ich das eigentlich überall her zugreifen kann. Ich nutze meistens oder oft auch zum Beispiel das Lagerhaus, wo ich überall hin zugreifen kann, wenn ich irgendwelche wertvollen Sachen habe. Das können Schriftrollen sein mit Kampf-EP oder weiss nicht was, wenn ich sonst gerade nirgendwo Platz habe, dass ich einfach wirklich von jeder Stadt, wo ich mit einem Charakter gerade rumtummele, darauf zugreifen kann. Das sind die Unterschiede. Ich hoffe, ich habe das einigermassen so erklärt, dass man mitkommt. Also wir haben mit I das normale Inventar, das Perleninventar vom jeweiligen Charakter. Mit einer Questreihe können wir ein Familieninventar her, also freispielen, wo wir Zugriff haben auf ein paar Sachen für alle Chars zugänglich. Die haben dann alle diesen Reiter Familie im eigenen Inventarrucksack. Kann man sich das vielleicht besser vorstellen. Dann haben wir das Lager, das normale Städtelager, welches wir vorhin gerade besucht haben, wo stadtgebunden ist. Alles, was dort drin ist, ist und bleibt in dieser Stadt. Dann gibt es dieses grosse Lagerhaus, wo für die ganze Welt von Black Desert zählt. Wenn wir Sachen dort reinschmeissen, können wir von über, von jedem Markthändler her auf dieses Zentrallager eigentlich zugreifen und können auch mit diversen Charakteren untereinander dann so Dinge natürlich tauschen oder gegebenenfalls im Marktplatz verkaufen. Das ist schon das ganze Hexenwerk. Das ist das, was wir sehr oft gefragt werden bei Anfängern, die in die Gilde kommen. Wie das eben funktioniert, weil man eben schon gewohnt ist, Dinge von A nach B senden zu können oder unter den Charakteren. Und das hier wäre die Möglichkeit für euch, Sachen an andere Chars und Twinks oder so zukommen zu lassen, ohne grosse Umschweife und wo ihr dann die Möglichkeit habt, überall Zugriff zu kriegen. Ich weiss, es ist in Black Desert vieles nicht tauschbar, gerade was Teilrüstungssachen und so angeht, aber mit dem Zentrallager gibt es wirklich eine breitgeflecherte Möglichkeit, damit ihr einige Sachen wie auch Geld eben tauschen könnt. Ich wollte einfach da speziell mit einem Video darauf eingehen, weil das Grundement mit dem Let's Play viel zu tun hat zwar, aber ich möchte es einfach speziell nochmal betont haben. Ja, das war es schon von meiner Seite. Ich hoffe, gerade bei Anfängen konnte ich es vielleicht einigermassen erklären. Wenn ihr noch Fragen habt, schreibt mir das in die Kommentare. Natürlich kommentiert sowieso, ob es euch gefallen hat. Mit einem Däumchen nach oben würde mich freuen. Lasst doch gerne ein Abonnement da und die Glocke aktivieren, dann verpasst ihr keine weiteren Folgen mehr von Black Desert Online. Wenn ihr Interesse habt, der Gilde beizutreten oder einfach ein bisschen mit uns zu zocken, nutzt doch den Link unten in der Infobox auf meinen Discord und dann sehen wir uns vielleicht schon bald wieder. Bis dann! Tschüss! 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 Tschüss!